Gerati spielt Peter Games, heute mal Meet is Murder. Peter drängt ja seit Jahren massiv in den Gaming-Bereich vor und veröffentlicht schon so manches Hammer-Game des Jahres. Schauen wir uns jetzt einmal das Game Meet is Murder genauer an. So, da ist eine Bombe, da geht man rein und schon haben wir verloren. Klick auf die Bombe und wir sind tot. Also wir gehen gleich wieder von vorn. Die Bombe lassen wir jetzt durch. Ah, da fliegen irgendwelche Regenbogen hin und her. Was das sein soll, weiß wahrscheinlich keiner. Ich frag mich, wo die Tiere hinlanden. Da kommt ja ein größeres Optik-Grafik. Also wie gesagt, es ist schwer zu erkennen, was das für Feature-Lock sein soll, wie das umhopsen. Ist ja ein Wahnsinnsspielekonzept von Peter. Ja, da ist einer an die Säge reingekommen und schon haben wir wieder verloren. 45 Punkte. Mein Highscore liegt bei 96.